Ich heiße Christian Lühr und meine große Leidenschaft ist das Zeichnen von fotoralistischen Porträts im Black-and-Grey-Stil. Zombie Boy war so der erste kleine persönliche Durchbruch für mich, wo ich für mich gesagt habe, okay, das Bild ist in meinen Augen perfekt. Das Wichtigste für mich beim Porträt zeichnen ist einfach die Ausstrahlung der Augen. Ich mache das schon so lange, wie ich denken kann, seit ich klein bin und das ist für mich und bleibt auch für mich eine große Leidenschaft, die ich auslebe und mein ganzes Herzblut in meinen Bildern reinsteckt. Ich lasse viele Techniken in meinen Bildern verschmelzen. Das Zeichnen und die Kunst mit der Airbrushpistole.